Wie lässt sich ein solches Fahrzeug unsichtbar machen? Zum Beispiel mit speziellen Tarnetzen. Aber das genügt nur teilweise. Um heikle Stellen besonders gut zu tarnen, braucht es neue Ansätze. Insbesondere gegen die Entdeckung durch Wärmebildkameras und Radargeräte. Hier ist ein Radarbild eines Satelliten von einer besonders starken Reflexion dargestellt. Solche starke Reflexionen müssen am Fahrzeug reduziert werden. Deshalb haben wir von Arma Suisse Wissenschaft und Technologie zusammen mit dem Deutschen Beschaffungsamt und weiteren Partnern in einem Pilotprojekt neue Fertigungsmethoden zum Druck von Tarnmodulen untersucht. Dabei gilt es, spezielle 3D-Strukturen zu drucken und geeignete Materialien zu verwenden, um eine gute Tarnwirkung zu erreichen. Bevor man die Geometrie eines Radarabsorbers optimieren kann, muss man die elektrischen Eigenschaften der verwendeten Materialien kennen. Da es für diese Materialien bei den typischen Radarfrequenzen jedoch keine Herstellerangaben gibt, mussten wir die Eigenschaften selbst experimentell bestimmen. Dazu haben wir aus unterschiedlichen kommerziell erhältlichen Rohmaterialien kleine Probenkörper gedruckt und diese dann mit Hilfe von Transmissions- und Reflexionsmessungen mit einem Netzwerkanalysator charakterisiert. Zusätzlich wurde an einem Forschungszentrum der Deutschen Bundeswehr die Zusammensetzung der Materialien mit einem hochauflösenden Elektronenmikroskop untersucht. Damit ließ sich zum Beispiel, wie hier abgebildet, die Verteilung in Größe der enthaltenen Eisen- und Hußpartikel bestimmen. Oder wie hier in einer geringeren Vergrößerung der Aufbau der gedruckten Schichten. Anhand der gemessenen Materialparameter kann man anschließend mit einer Software für elektromagnetische Simulationen die Reflexionseigenschaften der gedruckten Strukturen modellieren. Die Geometrie wird dabei so lange angepasst, bis in dem gewünschten Frequenzband eine ausreichende Tarnwirkung erzielt wird. Um diese Simulationen zu überprüfen, werden zuerst kleinere Prototypen der Struktur gedruckt und im Labor vermessen. Bei Messungen der Radar-Rückstreuung werden ohne spezielle Vorkehrungen, das heisst nicht in einem solchen Raum, die Reflexionen vom Messobjekt wie das hier durch die Rückstreuungen an den Wänden überdeckt. Das heisst, das Messsignal geht im Rauschen unter. Deshalb wurde im Rahmen dieser internationalen Zusammenarbeit Messungen in einer echo-freien Kammer bei Fraunhofer FHR Deutschland gemacht. Wir stehen hier in der echo-freien Kammer der Arma Suisse Wissenschaft und Technologie in Thun. Diese Kammer ist deutlich grösser, aber das Prinzip ist dasselbe. Dort oben sehen Sie die Sende- und Empfangsantenne. Die elektromagnetischen Wellen werden von der Sendeantenne ausgestrahlt, am Prüfring reflektiert und mit der Empfangsantenne aufgezeichnet. Die pyramidenförmigen Absorber schlucken die elektromagnetischen Wellen im interessierten Frequenzbereich. Das heisst, der gemessene Noise wird massiv unterdrückt und Aussagen über die Rückstreuung am Prüfkörper sind möglich. Somit konnten wir in diesem Projekt zeigen, dass mit 3D-Druckern geeignete 3D-Darnstrukturen generiert werden können. Dabei haben wir unter anderem festgestellt, dass sich 3D-Drucker besonders für die Optimierung und Fertigung einer kleinen Anzahl von Tarn-Modulen eignet. Wir haben mit unseren Kooperationspartnern vereinbart, dass wir die gewonnenen Erkenntnisse der schweizerischen und der deutschen Industrie zur Verfügung stellen. Und somit besteht die Möglichkeit, dass diese Erkenntnisse in zukünftige Produktentwicklungen im Bereich der Tarnung einfließen.